Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Entschuldigt vielmals, ich auf jeden Fall... Was? Alter, dieser Heifisch macht mich fertig. Ich wollte nur sagen, ich entschuldige mich vielmals. Okay, wir müssen weiter, es geht nicht. Ich kann hier leider nichts mehr machen. Ich muss ganz dringend... Ich brauche ganz dringend... Balken. Ich brauche ganz dringend Wasser. Ähm, ich muss jetzt hier weiter. Auch wenn es mir sehr schwer fällt. Ich glaube nicht, dass hier... Oh doch, es ist fertig, Gott sei Dank. Boah, jetzt hatte ich Glück. Puh, hatte ich jetzt... Jetzt Glück, wollte ich sagen. Ähm... Wir haben ein paar Seemlinge gefunden, tatsächlich. Ähm, ich hoffe, dass wir die später... Also Ananas und Co., dass wir das gut brauchen können. Ich... Ich esse mal so eine, dass ich nicht komplett vom Fleisch falle. So, das schon mal ausgerüstet, weil ich sehe da hinten ein Fässchen und ich hoffe sehr... Geht das noch? Geht das noch? Nein. Ich hoffe sehr, dass wir das hier kriegen. Ich werde sie mir wahrscheinlich angeln müssen. Ja. Hier haben wir noch eine Blanke, die brauche ich ganz dringend. So, Blankenarmut, wie immer. So. Pfui. Wir sind gerettet. Wir haben wieder was zu essen. Ach, Gott sei Dank. Das Wasser geht auch schon dahin. Und wir brauchen ganz dringend noch mehr Saatkisten. Gehst du weg? Da werde ich gleich da hinten noch eine platzieren. Weil wir haben so viele gute Sachen, die müssen von uns verknuspert werden. Geht schon eine kleine Anbaufläche? Na, da fehlen immer noch Blanken an Haufen. Ist eh logisch. So. Schwupp. Sehr gut. Ja, da dürften genügend Blanken jetzt dabei gewesen sein. Die eine versuche ich immer noch zu schnappen. Oh ja, das ging super gut. Äh, also wirklich. Ich habe auf E-Gedrücke gehabt. Wirklich. Schwere. Ich schwöre. Unfassbar. Unfassbar. Schwupp. Zack. Sehr gut. Ja, sie ist wieder hungrig. Katastrophe. Sie ist wieder mehr als hungrig. Ja, mein Magen knut gleich mit. Das ist gerade lustig. Mein Magen knut wirklich gerade mit. What the fuck. Okay. So. Schnell was futtern. Nein. Das brauchst du nicht essen. Aber das. So. Schnell, äh, Blanken. Ähm. Wieder eine Kartoffel. Was zu trinken. Das ist mega Stress jetzt gerade. Da ist wieder ein Fässchen. Das war zu kurz für uns. Da ist aber noch eins. Schwupp. Das passt super. Äh, okay. Genau. Wasser unbedingt wieder nachfüllen. So. So. Eine Blanke dazu. Geh weg. Ich habe keine Ahnung, wofür die hier gut sind. Und ich habe auch keine Ahnung, warum hier die Ananas nicht gehen möchte. Halt. Zack, 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 auf die Nase, zack, zack, zack. Ich glaube, ich muss, ich brauche einen Hammer, sehe ich gerade, der ist weg. Holla. Ich glaube, den habe ich unabsichtlich weggeschmissen. Hier, 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 hier. Das kann schon mal passieren. Im Eifer des Gefechts. Hui. Zack. Meine Kiste. Ich meine mein Fass. So. Ähm. Ja. Gut. Eine zweite Pflanzkiste wollte ich eigentlich bauen. Und ich bin echt überfragt, warum die dumme Ananas nicht wachsen möchte. Vielleicht gibt es hier eine Blanke noch für die Axt, die möchte ich auch gern haben. Ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, warum diese, super, diese Ananas nicht möchte. Die baue ich mir jetzt für später. So, warum willst du nicht? Füge Wasser hinzu, um eine Ananas zu erhalten, passt auf eine mittelgroße Anbaufläche, deshalb mittelgroß, wir haben ja nur kleine. Ah, das erklärt so einiges. Ist ja loko. So, schön, dann werden wir aber trotzdem mit unserem Gemüse weitermachen, würde ich sagen. So, braucht frisches Wasser, ich brauche auch bald mal wieder Wasser. So, da war doch irgendwo jetzt ein Fass. Haha, nicht versäumt. Sehr gut. Und was zu essen? Äh, die Blanke tauschen wir wieder aus. So, einmal essen. Passt. Okay, ähm, das mit der Leite ist jetzt etwas ungut, glaube ich. Das schaut jetzt etwas ungut aus, aber der Zweck heiligt vielleicht die Mittel, hoffe ich. Nein. Ach, egal. Ja. So. Wasser. Und hierfür. Und für uns jetzt wieder ein Wasserchen aufgeblüht. Aufgestellt. Jetzt fehlen nur noch D-Kräuter, das wäre cool. Wenn du das selber gemachten D machen könntest. Das wäre echt eine fesche Geschichte. So, schwupp. Und, nein, das Fässchen. Das Fässchen. Ich dachte, das geht sich aus. Niemals. So, schwupp. Dann geht es ein bisschen schneller. Seil, Schrott, Stein, Kunststoff, alles mögliche. Habe ich eigentlich noch Platz für irgendwas? Nö. Ich brauche jetzt ein zweites Lager auch schon. So, wo waren die Fässchen? Da kommen sie schon. Oh, dann halt so. Wir werden uns versuchen, das da hinten zu schnappen. Jawohl. Super. Hier kommt wieder eine Flasche. Du musst auch passen, dass ich nicht ins Wasser falle. Das ist so schön, das Spiel. Echt wirklich schön. Ist zwar auch ein bisschen Arbeit, aber man kann hier schon mal, glaube ich, mehr Sachen bauen, als bei Green Hell. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. So. Haben wir jetzt mal genug von Fässchen. Ich würde gerne wieder mal ein bisschen fischen. Haben wir noch Platz? Nein, keinen Meter haben wir mehr Platz. Gott sei Dank. Das nehmen wir noch mit. Dann können wir gleich ein bisschen bauen. Ah, geht schon nimmer? Okay. Zack, weil die Blanke fehlt. So, hier wächst es und gedeiht es. Was? Ach so. Jetzt habe ich gedacht, was? Was? Was war das jetzt? Hä? Heb auf den Dreck. So, geht ja. So, und einmal was. Geh weg. Geh weg. Ich stich dir ins Auge. Ich habe nichts mehr. Alter, das geht so schnell. Verbruch. Ja, da fehlen mir natürlich wieder Blanken. Ist so logisch. Ach. Ah, da hinten wäre wieder ein Bötchen gewesen. Soll ich hier auch? Halt. Alter, geh weg. Puh. Alter, das ist echt nicht nett. So. Okay, ich glaube, die kriege ich so nicht. Deshalb müssen wir hier heranfischen. So, da haben wir noch eine. Da haben wir noch eine. Okay, das war für den Hugo. Sehr gut. Da drüben gibt es wieder Sachen. Wow. Ich wusste, dass es meines Tages im Weg sein wird. So, zack. Gehört schon. So, wir haben wieder ein paar Blanken. Für den Speer reicht es noch nicht. Da fehlen noch zwei Stück. Okay. Okay. Ähm, nochmal die Battle. Die, da, das Battle. So. Eins. Und. Zwei. Passt. Kann man schon herstellen, den Speer. Jetzt kann er schon wieder kommen, der Haifisch. Putzt man schon wieder weg. So. Lala. Äh, ich glaube, wir gehen einmal schlafen, oder? Nom, nom, nom. Oh, es ist morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. So. Weiter geht's. Sag. Ja, das war für den Hugo, echt. So. Ich sehe keine Fässchen. Nobody knows. Dafür sind... Ich wollte sagen, dafür sind die Blumen erst fertig. Ähm. Ich brauche unbedingt noch so ein Lager. Ähm. Aber wohin bauen? Ähm. Ähm. Da tun wir die Blümchen rein, würde ich sagen. So. Das schaut schon nicht so schlecht aus, glaube ich. Da hätten wir wieder eine Insel. Na nü. Mal schauen, ob es uns dorthin bringt. Äh. So. Ja, das schaut gut aus. Ah, ich habe keinen Anker, ne? Kann ich ihn mir bauen? Mal schauen, ob es uns dorthin gibt. Eine Blanke fehlt. Eine Blanke. Wer bietet mehr? Da wäre auch ein Fässchen. Zack. Und haben wir eine Blanke? Yes. Sehr gut. Und dann müssen wir noch... So. Noch ein Stück. Ich würde sagen, da kann man schon hin baddeln. Halt. Geh weg. So, ich muss jetzt auch irgendwie schauen. Ja. Jetzt sind wir hier so, aber die Leiter ist halt ganz woanders, ne? Ich glaube, das war nichts. Ah, ich bin am Frecken. Ja, ja. Hä, geht nix? Machst du jetzt mal? Ja, ja, ja. Ah, Alter. Ich verreck hier. Ja, habe ich schon verstanden. Ja, das war für nix die Insel. Die habe ich jetzt komplett versaut, weil ich habe vergessen, dass ich das eigentlich drehen müsste. Hier hin. Aber... Egal. Ja. Können wir schon so bauen. So. Alter, du, du nervst. Warte, ich muss mal was trinken. Das geht so nicht. Alles schön der Reihe nach. So. Also, das verreckt sie mich hier. Unglaublich ist das hier. Ich glaube, ich muss das Ganze dann mal irgendwann schöner bauen. Viel schöner. Mal so eine schön quadratische Fläche zusammenbringen. Das wird dann mal die größte Herausforderung. Und dann mal ein Stockwerk drüber, dass wir auch die Inseln erreichen können, auch wenn wir, sag ich jetzt mal, nicht genau mit der Leiter dort hinkommen. Gut. Ja. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. So, komm her, gib mir dein Zeug. Danke. Okay. Wir haben jetzt noch eine Saatenkiste, glaube ich, ne? Habe ich die jetzt schon gebaut oder verdue ich mich jetzt gerade? Nein, ich verdue mich gerade. Wir haben nur die normale. Die da haben wir gemacht. Okay. Gut. Ähm. Jo. Also. Ja, ich bin wieder voll im Plan. Voll Gas. Ich habe voll den Plan. Wie immer. Halt. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte gar nicht bauen. Ich wollte jetzt eigentlich nur sammeln. Ja, fischen wäre auch nicht schlecht. So. Und vor allem wieder hier unsere Blümchen reinschmeißen. Ich werde nochmal die roten Sämlinge reintun. Auch die Ananas-Damen durch die Reihen, damit wir sie nicht verlieren. Ja, ich glaube, so geht es schon. Was haben wir noch hier drin? Ja, muss reichen. Wir sind schon wieder hungrig. Alter Schwede. Der Magen, der kann knurren. So. So. Ich glaube, wir brauchen auch was Gehaltvolleres. Was brauchen wir noch nicht? Äh, ja. Okay. Ähm. Die Sämereien können rein. Da rein tun tun. Die Blüte kommt eigentlich hier hin. So. Lösch den Durst und lindert den Hunger. Tatsächlich. Funktioniert. Kartoffel. Kartoffel. Da haben wir gleich die nächste rauf. Röstelchen. So. Und den Erdtopfel. Esst mal Acker weg. So. Passt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was Geschmack gefuttert. Ähm. Angeln wäre auch wieder eine Sache. Zack. Das kannst du wieder nebenbei. Na ne Paddeln. Angeln. Angeln. An-gel. Mit A. So. Alter Schwede. Na 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 na. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. So. Komm Fischi. Komm Fischi Fischi. Jawohl. Und Fischchen fangen. Zack. Zack. Sehr gut. Und. Tauschen. Ich wollte den Fisch jetzt nicht essen. Ich wollte ihn jetzt. Ich habe ihn schon wieder gegessen. Ach. Ja ist wurscht. Ein bisschen Sushi hat noch keinen geschadet. Naja. Sollte zumindest der Fall sein. Ja. Ich wollte jetzt den Fisch eigentlich auf den Grill legen. Hat super hingehauen. Nicht. So. Jetzt vielleicht. Danke. Was trinken. Oder mal gießen ist besser. So. Ein Fässchen Fangspiel spielen. So. Sehr gut. Und da vorne wäre gut hinzusegeln. So. Mal schauen, ob das klappt. Alter. Boah. Schrecklich nach. So. Alter Schalter. Ne. So. Gleich mal zubetonieren hier. So. Ich werde auch mal versuchen, dort mit hinzubadeln. Das Bötchen. Das räumen wir aus, wenn es geht. Ah. Das ist schon zweistöckig sogar. Ganz oben ist die Truhe. La 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 la. Da 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 da. Ich brauchte ewig, glaube ich, bis ich nicht nur halbwegs vernünftige Hüten zusammengebaut habe. Aber wir sind ja wenigstens schon immer gestorben. Ich glaub, das passt so. Äh. So. Nein. Also weit hüpfen kann die Gnädige nicht. Das muss man jetzt da schon einmal sagen. Weit hüpfen. So, wo bin ich? Hä? Wie geht's denn hier rauf? Ach so. Oh. Oh, toll. Ich bin zu spät. Egal. Wir haben die Kiste. Egal. Wir haben die Kiste. Und wir haben noch einmal Fischeintopf bekommen. Das Rezept. Gut, wenigstens, das kann man stacken. Äh. Okay. Tja. Ansonsten. Wenig bis gar kein Gescheites. Hä? Jetzt auch. So. Wenig bis gar nichts Gescheites, wollte ich sagen. So, hier haben wir ein leckeres Fischi. Das verknuspern wir gleich. So. Oh, da haben wir auch kein frisches Wasser. Oha. Das geht nicht. Jetzt weiß ich auch, wofür das Blatt gut ist. Hier sammelt sich nämlich der Wasserdampf. Ohne Salz. Weil das Salz bleibt dann oder so. Oder das Salz bleibt dann und picken irgendwie so. Und dann rinnt das salzlose Wasser hier rein. Da kann man saufen. Glaub ich, ne? So habe ich das gedacht. Ja. Tada. Zack. Das Fässchen kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Gar keine Chance, glaube ich. Das ist der Ding. Ja, gar keine Chance. Das ist zu kurz. Wurscht. So, bauntechnisch. Ich würde ja gerne mal eine Wand aufziehen. Geh weg. Mist, Fisch. Zumindest. Warte mal. Wofür die Holz... Holz... ...halbe Holzsäule. Wofür die Holzsäule gut ist, kann mir jetzt aber auch keiner sagen, oder? Vielleicht dient die für die Wände. So zwischen Wand drin irgendwie so. Auf jeden Fall dieses Holzdach. Das ist dann hier so gemeint. Ah, das ist tatsächlich ein Dach. Okay. Und das ist jetzt der Boden. Den kann man da oben auch... Den kann man nur da unten anbringen, oder? Gibt es jetzt dann... Jetzt hör auf, geht da. Und was ist das hier? Reparieren. Ach so. Ah, da kann man reparieren. Okay. Das heißt, Holzwand würde funktionieren. Okay. Ähm, wie soll ich denn das am besten testen? Ich will nämlich was probieren. Und hier oben kann man jetzt wirklich... Ich will da nämlich so einen Boden bauen. Vielleicht muss ich den aber auch erst lernen. Ah, hier. Hier vielleicht. Erhöhter Boden. Da fiel mir jetzt blank. Ah, das ist... Alter. Das ist nur so gemeint. Ich bin schon wieder voll fertig. Ich bin am Verduschen. Scheiß Fisch. Aha, so ist das gemeint. Auch hier gibt es Unterdinger. Aha. Ja, ist schon gut. Okay, wir trinken was. Ja, du bist wieder am sterben. Ist schon gut. Haben wir schon mitbekommen, dass du am sterben bist. Alles gut. So. Die will noch nicht. Nein. Da warte ich jetzt aber noch, bis die auch fertig ist. Und dann... Und dann... Tue mal wieder schön. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte hier probieren was, ne? Aber dafür brauche ich jetzt noch blanken. Viele, viele blanken. Dann ein bisschen buddeln, dass wir noch zu diesem Holzfass vielleicht noch kommen. Ja. Super, da haben wir ein paar blanken. Jetzt kann ich das probieren. Oder auch nicht. Holzboden. Das wird es sein. Aha. Ähm. So. Ja, so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuhchen draus. Alles klar. Sehr gut. Das ist zwar nicht so schön, aber wir haben zum Glück eh dann noch Äxte. Das heißt, wir können das Ganze jederzeit schöner machen. Okay. Ähm. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte baddeln. Darüber zur Insel. Am besten mit Segel. Jawohl. Dann haben wir noch unseren, unseren Anker. Ähm. Okay, ich muss oben drüber. Am besten da so hin. Hat das Mistfische was gestohlen? Noch nicht. So. Und. So, müsste das funktionieren. Yes. Sehr, sehr gut. Können wir das sammeln. Und noch mehr sammeln. Und vor allem, das Schöne ist, wir können jetzt auch, ähm, die Axt hier verwenden. Aber zuerst muss ich mal kurz, was das Boot steht, da ist schon schminkt weg. Ähm. Zuerst mal wieder die Blüten wegtun. Weil, weil, ich brauche hier Platz. Ich werde auch Seile herstellen, so viel wie geht. Weil, die brauchen da nicht so viel Platz. Oh, Seile ist die falsche Abteilung. Die gehören hier hin. Wenn noch Platz wäre. Nicht so wirklich. Aber machen wir trotzdem so. Ich bräuchte noch so ein Dings. Da fehlen mir jetzt drei Blanken. Ist ja klar hier. Ne? So. Horuck. Ja, fall runter. Hast du recht. Hallo? Flatter schauen. Wegen meiner blöden Axt. Ah, Palmsamen. Super. Okay. Kann man da noch was kaputt hauen? Na, glaube ich nicht. La, 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 la. Eine schwarze Blume haben wir auch bekommen. Okay. Hier geht's jetzt irgendwie nicht weiter rauf, ne? Oh. Wir sind... Alter, geh weg. So. Und das kommt weg. So, mal was trinken. Und hier tun wir wieder was. Jetzt kann man auch Ananas braten. Nein. Alter Schwede. So. Machen wir hier kurz mal ein Päuschen. Ähm. Wir haben jetzt einen Haufen Blanken bekommen. Kunststoff. Ich hab gedacht, Blanken fehlen mir. Jetzt war ich verwirrt. Dabei fehlt mir Kunststoff. Aber Blanken ist schön und gut. Aber Blanken ist schön und gut. Gutes Stichwort. So. Da können wir jetzt viel lernen. Saufig. Schleich dich. Werd jetzt mal fertig hier. Du da. Fertig werden. Bitte. Müssen wir halt die Ananas dabei essen, bevor wir verrecken. So. So. Sehr gut. Passt. Das wird unseren Hunger jetzt ein kleines bisschen stillen. So. Ah, ich wollte. Okay. Da können wir jetzt da viel, glaube ich, machen. Mittlere Anbaufläche unbedingt. Ein besseres Lager unbedingt. Was ist das? Farbmühle. Wird benutzt, um Blumen in Farben zu verwandeln. Arbeitet mit Wasserenergie. Cool. Einen Stuhl. Angenehm zum Sitzen. Passt gut zu einem Tisch. Und die Laterne, damit es nicht so finster ist. Das sind echt coole Sachen. Aha. Kunststoff habe ich auch noch nicht. Nägel habe ich auch noch nicht. Geht sowas auch? Ich muss mich mal da so ein bisschen durchprobieren. Das hatte ich schon alles, ne? Okay. Ähm. So. Prost. So. Äh. Was wollte ich jetzt? Ähm. Genau. Die Blümchen tun wir mal wieder weg. So. Und so. Palmsamen. Die bauen die große, oder? Füge was hinzu, um einen Palmbaum zu erhalten? Passt auf eine große Anbaufläche, ja. Dafür können wir die jetzt tauschen. Weil die Ananassamen, für die haben wir jetzt ja was. Hm. Ich würde sagen, da hinbauen. Wenn möglich. Essen. Anbaufläche. Die hier bitte. Die mittlere. Mal schauen. Kann man, das würde mich jetzt auch interessieren, kann man dann auch andere Sachen, halt. Schaut das nicht bescheuert aus? Ich glaube, das schaut bescheuert aus, oder? Oder auch nicht. Ähm. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. So, da. Oh, die ist schön. Ah. Hoppala. Bin ich einmal duschen gegangen. Die ist schön. Die gefällt mir. Schau mal. Ich find die ist hübsch. So, essenstechnisch. Zack. Und. Zack. Einmal gießen. Zack. So. Und so. Dann muss ich mein leckeres Happa-Happa. Kokosnuss haben wir auch da. Coconut Island. Coconut Island. La, 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 la. So. Was haben wir hier? Kokosnuss. Kann uns nix. Die kann man so nicht essen, oder? Die Alte kann alles essen. Okay. Ähm. Wie schaut's mit dem Lager aus? Planke und Schraube. Fähne noch. Der Haifisch hat's, glaube ich, auch dort überstanden aus, wie der ausschaut. Was willst du denn? Dusch wieder. Ksch. Ksch. Weg da. Blödes Vieh. Einmal gießen. Wasser nachfüllen. Einmal braten. So. Was haben wir hier drinnen? Ähm. Schrott hab ich schon. Stimmt. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach hier. Das wollte ich versuchen. Und das wollte ich versuchen. Und das wollte ich versuchen. Sand probier ich auch. Wobei Sand wird mir, glaube ich, nix bringen. Genau. Weil wir den erst, ähm, zu Glas verarbeiten müssen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es klappt. So. Da haben wir wieder was. Was ist hier? Leere Flasche. Kann mit viel Wasser gefüllt werden. Das ist super. Einfacher Bogen. Schieß Pfeile grob dorthin, wohin du zielst. Grob nämlich auch noch. Dann haben wir einen schönen Tisch. Ein Tisch, auf dem man Dinge platzieren kann. Oder darunter. Passt gut zu einem Stuhl. Dann Steinpfeil. Ein durchschnittener Holzpfeil mit einer Steinspitze. Das ist sicher mehr Damaging. Ähm. Uhr. Zeigt die Uhrzeit an. Äh, das wollen wir vielleicht gar nicht wissen. Metallaxt. Widerstandsfähiger und schneller als ihr Vorgänger. Du Viech, hau ab. Sehr unwahrscheinlich ist das. Ich habe irgendwie nie für irgendwas Platz. So. Und so. Und das. Das ist eine Blume, die gehört drüben hin. Und so würde ich mal meinen. So. Darf ich jetzt was essen, bitte? Die Firma tankt. Krump, 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 krump. So. So. Und weiter lernen. Ähm. Schrotthaken. Dies ist im Grunde das gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser. Er ist schneller, haltbarer und kann weiter geworfen werden. Oh yeah. Und hier. Metallangel. Stabiler und etwas professioneller. Super. Was fehlt uns hier noch? Metallbaren. Kann man ein Metallbaren beim Grill vielleicht? Das wäre zu übertrieben, oder? Boah, die wachsen gut. Schau, sie sind glaube ich schon fertig, oder? Fast zumindest. Gut. Ähm. Dann würde ich sagen. Wir könnten schon wieder eigentlich abhauen, oder? Schrott, Planke, Scharnier. Schrott brauchen wir halt noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir können abhauen. Haben wir nochmal sowas für den hier? Na, da fehlt noch Blank. Okay. So. Das ist halt die Frage, ob wir hier stecken bleiben. Aber ist wahrscheinlich... Ist wahrscheinlich so. Aber es klappt schon. So. Ich glaube, das klappt schon irgendwie. Geh weg jetzt, du Viech. So. So. Und zack. Jawohl. Und zwei Blanken. Was will der Mensch mehr? So. Jetzt können wir das wieder gemütlicher angehen. So. So. Sehr, sehr gut. So. Wie schaut es mit dem Wasser aus? Passt. Wir brauchen eh wieder einen Schluck. So. Sehr, sehr gut. So. Ähm. Da bauen wir wieder die hier. Jawohl. Eins mehr. Das passt genau. Ja, ja. Das wird schon cool. So. Woosch. Woosch. Sehr gut. Ah, da war ich zu. So. Jetzt könnte es passen. Jawohl. Zwei Blanken ergattert. Das ist hervorragend. So. Da haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Sehr, sehr gut. Da fällt mir gerade ein. Vielleicht können wir da ein bisschen in die Richtung steuern. Dass man dazu den Fass noch hinkommt. So muss das gehen. Hoppala. Bin komplett verkehrt. So muss das gehen. Jetzt müsste es passen. Hey. Mistfink. Unglaublich. So. Wir können schon wieder ernten. So. Die geht, glaube ich, noch nicht. Das heißt, da tun wir jetzt mal Kartoffeln rein. So. Und dann brauchen wir wieder Wasser. Platsch. So. Na nü. Jetzt bin ich verwirrt. Blanke. So. Und so. Und so. Und so. Passt. Machen wir wieder so. Und mal was essen. Mahlzeit. So. Schön langsam nimmt unser Floß ja auch Gestalt an. Langsam. Und mit Bedacht. Das habe ich super gemacht. Eine Blanke habe ich bekommen. Cool. Das, was ich eigentlich nicht haben wollte. Schau. Die ist wieder da. Ksch. Und glaube ich. Diese Viecher. So. Wow. Zack. Zack. Und zack. Super abgeräumt. Ähm. Gut. Für was ist der eigentlich gut? Der ist nützlich, um zu wissen, in welche Richtung es vorwärts geht. Ja. Das wäre für mich ganz bestimmt nicht schlecht. Ah. Ah. Das wäre für mich ganz bestimmt nicht schlecht. So kann man halt die Windrichtung super klasse. Ähm. Feststellen. Ich würde sagen. Ich würde sagen, der passt recht gut. Der würde, glaube ich, hierhin gut passen. Okay. Okay. So. Jetzt kommt natürlich wieder übles Wetter. Ganz logisch. So. Ich würde mal ein bisschen was trinken. Oh Gott. Der Part ist zu lang. Entschuldigung vielmals. Ach. Das Spiel ist schrecklich. Im positiven Sinne. Ich übersehe das immer. Ich hoffe, ich muss jetzt schon wieder schneiden. Ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, falls ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.